Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video der Videoreihe Chantanalysen Lernen. In diesem Video geht es darum, dass wir etwas über Unterstützung und Widerstände lernen, nachdem wir im letzten Video ja schon die Grundlagen erfahren haben, auf denen die technische Analyse basiert und auch schon einiges über Trends gelernt haben. Doch bevor ich weiter fortfahre, noch der Risiko hinweist, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist und dass alle meine Informationen ohne Gewehr sind. Trends haben wir bereits gelernt. Es gibt einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend und eine Seitwärtsbewegung. Das sind die drei Richtungen, in denen sich ein Kurs bewegen kann. Ein Aufwärtstrend ist ja gezeichnet dadurch, dass wir immer fortschreitend höhere Gipfel und höhere Täler haben und ein Abwärtstrend entsprechend umgekehrt, dass wir immer tiefere Täler und Gipfel machen. Und Unterstützungszonen und Widerstandszonen sind die Bereiche, an denen ein Kurs umdreht bzw. dann seitwärts verläuft. Und das sind sehr wichtige Zonen, da wir in diesen Zonen auch wirklich Trading-Entscheidungen treffen im Hinblick auf, wo steigen wir ein, wo steigen wir aus, wo setzen wir uns in Stop-Loss. Und das sind alles wichtige Punkte für das Risikomanagement. Und das sollte wirklich jeder verstanden haben, dass erstens wirklich bares Geld bringt, aber auch Geld spart, indem wir das Risiko minimieren, indem wir das Wissen um Unterstützung und Widerstände richtig anwenden. So, was ist das nun? Unterstützung ist quasi, kann man sich als eine Zone vorstellen, in denen wir besonders viele Käufer haben, in denen besonders viele Leute sind, die bereit sind, für den Preis die Aktie zu kaufen. Generell bildet sich ja ein Preis aus der Anzahl der Verkäufern und Käufern und daraus bildet sich ein Gleichgewicht und dieses Gleichgewicht ist der Preis. Und in Unterstützungszonen kommen wir von oben, das heißt der Kurs fällt und wir kommen in diese Unterstützungszone und in der Zone haben wir dann wieder mehr Käufer als Verkäufer, sodass der Kurs sich da stabilisiert und wieder nach oben geht. Genauso ist es umgekehrt bei Unterstützungszonen, äh Widerstandszonen. Da kommen wir von unten, der Kurs steigt, kommt in eine Widerstandszone. Dort gibt es dann mehr Verkäufer als Käufer, also einen größeren Verkaufsdruck und der Kurs bewegt sich dann nach unten oder auch seitwärts. Dann, ähm, was kann alles als Unterstützung und Widerstand dienen? Generell gilt immer, dass vor allem zum Beispiel, ähm, wichtige psychologische Zahlen, große Zahlen, zum Beispiel 10, 50, 100, 1000, ähm, als, als Widerstand gelten. Das sind einfach psychologische Marken. Dann gibt es natürlich auch charttechnische Marken, wie zum Beispiel gleitende Durchschnitte, Trendlinien. Aber dazu auch in den weiteren Videos, wenn wir dann wirklich mehr auf die gleitenden Durchschnitte eingehen und Trendlinien. Ich möchte auch gar nicht weiter auf meiner Homepage bleiben. Das könnt ihr alles dann auf trading-markt.de nachlesen. Ähm, ich möchte euch lieber ein Beispiel zeigen bei TradingView. Den Link für TradingView findet ihr auch in der Beschreibung. Und hier sehen wir zum Beispiel den Chart von Bitcoin. Und hier könnt ihr gut sehen, dass Bitcoin hier, ähm, ich zeichne das mal ein, zweimal diese Widerstandszone getestet hat, ein drittes Mal und beim vierten Mal dann durchgebrochen ist. Beim ersten Mal war der Kaufsdruck noch nicht so stark, dass wir, äh, dass wir den Widerstands überwinden konnten. Das heißt, wir sind abgeprallt, haben konsolidiert, ja, in einem, äh, entsprechenden Formation. Die Formation werdet ihr auch noch in den folgenden Videos, in einem der folgenden Videos lernen. Und dann haben wir einen neuen Versuch gestartet und haben es dann, ähm, schlussendlich auch irgendwann mal geknackt. Und generell gilt, die ist eine goldene Regel, wenn ein Widerstand signifikant gebrochen wird, dann wird aus einem Widerstand eine Unterstützung. Und umgekehrt, das heißt, wenn eine Unterstützung gebrochen wird, wird daraus ein Widerstand. Kann ich euch auch gleich zeigen im Chart. Ähm, zunächst möchte ich aber noch erklären, was bedeutet signifikant. Signifikant, das sind, da gibt es zwei, zwei Faustregeln, die Chartanalysten verwenden. Einmal die 3%-Regel, das heißt, ein Kurs muss 3% über dem Widerstand, ähm, sein. Dann ist er signifikant gebrochen und es wird, also der Ausbruch ist bestimmt bestätigt. Und die zweite Faustregel ist, ähm, die 2-Tage-Regel. Das heißt, wir sind hier im Tageschart. Das heißt, eine Kerze ist ein Tag. Das bedeutet, also die Faustregel sagt aus, dass wir zwei Tage über diesem Widerstand geschlossen haben müssen. Dann ist es auch bestätigt. Was Kurse dann auch ganz gerne machen, wenn sie dann in ihrem Trend, wir befinden uns in einem Aufwärtstrend, wenn dann also ein Widerstand gebrochen wurde, dann testen Kurse ganz gerne wieder diesen Widerstand als Support. Das ist quasi dann eine Bestätigung dafür, dass wir unseren Aufwärtstrend fortsetzen. Wenn wir diese Unterstützung berechnen würden, wäre das ein sehr schlechtes Zeichen und es spricht dann eigentlich gegen eine Trendfortsetzung. Ähm, und das bedeutet, dass dann eine Kontidität, eine Seitwärtsbewegung wahrscheinlicher wird oder sogar eine Trend umkehrt. Das heißt, dass wir eher vielleicht sogar nach unten gehen könnten. Generell auch wichtig bei einem Ausbruch, ähm, sollte das Volumen auch dementsprechend ansteigen. Ähm, das ist nicht immer der Fall. Je nach Asset, jedes Asset verhält sich unterschiedlich und das muss man dann auch analysieren und, ähm, erkennen. Manche Assets legen da Mehrwert drauf. Bitcoin zum Beispiel hier, ähm, eher weniger. Ähm, was man hier aber ganz gut sehen kann, nachdem es getestet wurde, ähm, wurden wir, also sind wir mit Volumen, also mit Wucht wieder davon weggestoßen, von dieser Unterstützung und haben unseren Trend fortgesetzt. Das ist auch, ähm, ja, typisch. Und, ähm, genau. Dann noch ein paar Beispiele. Generell ist, es ist nicht ein, also ein sehr häufiges Ereignis, dass wir, dass wir Widerstände und Unterstützung haben. Wir, das ist quasi das Alltagsgeschäft von Chartanalysten. Ähm, man kann sie überall einzeichnen, zum Beispiel, ich mach's mal in eine andere Farbe, ähm, hier auch, ähm, einmal Widerstand. Dann, ähm, was sehr bullisch ist, wenn wir uns an einem Widerstand befinden und der Kurs, ähm, klammern sich sozusagen an den Widerstand dran. Ähm, das ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Da gibt's dann auch dementsprechend Chartformationen, die, also zum Beispiel, das wäre ein aufsteigendes Dreieck, das erklär ich aber in einem weiteren Video. Und, das neigt dann dazu oder ist ein Zeichen dafür, wenn der, wenn der Kurs lange an eine Widerstandszone dranhängt, dass wir nach oben ausbrechen. Und dann auch hier wieder schön der, der, ähm, die Bestätigung, der, der, der Test, der Unterstützung und bestätigt und wir haben unseren Kurs weiter fortgesetzt. So, was auch noch auffällig ist, wenn wir dann zum Beispiel, ähm, wenn ein, wenn ein Widerstand gebrochen wird, wie das aussieht, wir haben dann, wenn wir uns das mal anschauen, was dann, was damals passiert ist, ähm, wenn wir in den Stundenchart gehen, dann können wir hier, wenn ich's mal laufen lasse, können wir sehen, so, bisschen schneller, so, der Kurs bewegt sich, lang unter, unter der Widerstandszone und irgendwann mal kommt mit Wucht die Explosion und dementsprechend auch das Volumen, man sieht's hier im Stundenchart besser als am Tageschart, der Widerstand wird mit Wucht, also mit Volumen gebrochen und das, damit bestätigt dieser Ausbruch. Oder das Einbestätigen des Zeichen und, genau, dann sehen wir, beziehungsweise setzen unseren, unseren Weg fort. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Widerstände und, ähm, und Unterstützung sind, ist das, ist wirklich sehr wichtig, auch, dass wir, ähm, wissen, wo wir unseren, unseren Stop, Stop Loss setzen und allgemein, wie wir traden. Und, zum Beispiel, das möchte ich euch noch kurz erklären, wie wir so eine Situation handeln würden. Und zwar, wenn wir uns an einem Widerstand befinden, wenn wir wissen, dass dieser, dieses Level 3000, das ist auch so eine psychologische Zahl, äh, eine psychologische Marke, und, wenn wir davon ausgehen, dass es ein Widerstand ist, können wir dementsprechend handeln. Und das könnte man auf verschiedenste Weise machen, zum Beispiel, wenn wir ja schon hier eingestiegen sind, können wir hier einen Teil verkaufen oder alles. Und, und, beziehungsweise, wenn, wir gehen hier Short, das heißt, wir setzen auf fallende Märkte. Und, natürlich auch immer ganz wichtig, den Stop Loss dementsprechend zu setzen. Wenn wir also hier in diesem, in diesem Bereich Short gehen würden, dann würden wir also dementsprechend auch unseren Stop Loss und diese 3%-Regel, äh, drüber setzen. Das heißt, falls wir uns irren und der Kurs doch nach oben geht und es doch kein so wichtiger Widerstand ist, dann würden wir nicht so viel Geld verlieren, da wir automatisch ausgestoppt werden würden. Das ist auch, das ist wichtig für das Risikomanagement, einen Stop Loss zu setzen. Und das sollte wirklich jeder pflegen. Ähm, wenn wir dann also, die zweite Situation ist, dann, wenn wir den Widerstand also gebrochen haben, wann steigt man ein? Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten, für die ganz, ganz Mutigen, die hier diese, diese Chart-Formation schon traden möchten, die steigen hier schon ein, mit einem entsprechenden Stop Loss unter dem letzten Tief. Ähm, für etwas sicherer, für Anleger, die etwas mehr, etwas weniger Risiko haben möchten, die warten auf den Ausbruch und steigen dann erst ein, wenn es signifikant gebrochen wurde, ähm, also 3% über dem Widerstand ist oder zwei Tage danach. Oder, ähm, erst nach dem, nach dem Retest, nachdem es wieder als Unterstützung getestet wurde. Da steigen dann viele, auch viele, ähm, also es gibt ja auch viele Trading-Programme, die sind auch programmiert, dann einzusteigen. Und das sieht man dann auch hier, ähm, die Käufer waren hier noch ein bisschen, etwas skeptisch. Und als dann der Kurs zurückgesetzt hat, wieder, also zu dem, zu einem ehemaligen Widerstandslevel, dann sind die Käufer eingesprungen und es wurde zur Unterstützung und wir haben unseren Kurs nach oben fortgesetzt. Das heißt, hier ist eine weitere Einstiegsmöglichkeit und, ähm, Stop-Loss dementsprechend auch wirklich wieder, ähm, wie beim Widerstand auch beim Shorten damals, ähm, wenn wir hier long gehen, auch 3% äh, drunter. Oder, dass wir, falls wir uns auch hier irren, das kann ja wirklich jedes Mal sein, Märkte sind ja, ähm, teilweise, ähm, funktionieren nicht, wie wir es wollen, sondern Märkte funktionieren nach, nach den Informationen, nach den Einflussfaktoren und dass wir einfach geschützt sind, setzen wir auch hier unseren Stop-Loss. So, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Im, in dem nächsten, im nächsten Video werden wir über, über Trendlinien reden und da werde ich euch zeigen, wie wir Trendlinien richtig einzeichnen können und worauf es da zu achten gilt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über einen Daumen, Daumen, Daumen nach oben freuen, über ein Abonnement und das nächste Video verlinke ich euch dann, wenn es veröffentlicht ist, hier unten rechts auf dem Video. Ähm, bis dahin, alles Gute, erfolgreiche Straden und viel Spaß. Macht's gut, ciao.